Also das Fahrrad hätte ich heute echt gut gebrauchen können. Da hat mir sofort einen Kontrolle erwischt. Hatte keine Zeilen-Ticket zu kaufen. Ja, das war wieder die toffte Aktion von mir. Ach gut, voller sie mal. Meine Schwester kommt heute noch zu Besuch. Soll ich ihn in ein Taxi rufen?